Fäuste wie Dynamit, ein Brandner-explosiver Kung-Fu-Film. Ein Film wie ein Dampfhammer. Chang, Fäuste wie Dynamit. Ein Einzelgänger nimmt grausame Rache an einer Bande von Ausbeutern und Mördern. Eine Rache, die ihm fast das Leben kostet. Chang, Fäuste wie Dynamit. Noch nie war ein Film härter, spannender und mitreißender als dieser. Ciao, Tze. Warum brennst du denn Löcher in dein neues Hemd? Ich möchte ein Bruder der Gerechtigkeit sein. Hm? Wang Cheng kämpft für seine Familie, die ihn vor Jahren ausgestoßen hat. Aber war es so schlimm, um nie mehr zurückzugehen? Vielleicht hat ihr Vater seine Meinung geändert. Bestimmt hat er ihn schon verziehen. Ihre Schwester hat Xin Kui geheiratet und bestimmt freut sich ihr Vater auf ihre Rückkehr. Und sie sind hier und verbeugen ihre Zeit als Hilfsarbeiter. Es muss sein. Xin Kui ist leider verrückt geworden. Nach einem Nervenzusammenbruch. Ja! Wang Cheng. Fäuste wie Dynamit. Eine ganze Streitmacht von Feinden tritt an gegen einen einzigen mutigen Kämpfer. Ein Kämpfer mit Fäusten, die den Kot bringen. Dann kommst du zurück und ziehst in den Schweinestall. Ziehst in den Schweinestall. Es geht um einen millionenschweren Familienschatz. Wir machen ein kleines Geschäft. Aber versuch bloß nicht, mich zu betrügen. Du gibst mir das Ding da, das Juppei. Und dafür bekommst du die zauberhafte Jungfrau. Einverstanden? Er ist das Juppei. Dann wollen wir doch mal ein bisschen warten. Bald bist du ein Eiszappen und dann brich dich auseinander. Jan Schenk. Fäuste wie Dynamit. Ein Kampf auf Leben und Tod in einem Film, wie Sie ihn selten gesehen haben. Ein Film voll explosiver Kraft. Ein Actionfilm der Superklasse. Ja, 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 ja. Lang Schenk. Fäuste wie Dynamit. Wenn Sie Actionfilme mögen, dann dürfen Sie diesen nicht versäumen. Lang Schenk. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.